Liebe Leid, in Athen leben aktuell etwa 6.000 Menschen unter recht prekäre Bedingungen. Konkret haben sie keinen Zugang zum Versorgungssystem, zu Nahrung und dergleichen, weil sie sogenannte nicht registrierte Menschen sind, Flüchtlinge, die noch nicht im System angekommen sind. Und diesen Leuten wollen wir trotzdem ein schönes Weihnachten bereiten. Wir wollen für 6.000 Menschen Nahrung für eine Woche liefern. Das sind etwa 1.500 Care-Pakete. Deshalb helfen wir zusammen. Vielleicht wollt ihr auch zu Weihnachten ein Care-Paket schenken oder vor Weihnachten. Unter www.space-i.org. slash care findet ihr die ganzen Informationen. Vielen Dank und eine gute Zeit.